Wir bringen heute mal wieder ein bisschen Licht ins Dunkel, Leute. Wir haben schon eine Weile nicht mehr die Story von Poppy Playtime Kapitel 2 beleuchtet, aber es wird Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen darüber sprechen. Es gibt nämlich einige Sachen, die wir noch nicht aufgeklärt haben, das rea- Da hab ich mich versprochen. Es gibt nämlich noch einige Sachen, die wir nicht aufgeklärt haben, deswegen reagieren wir heute auf die Story von PJ Pagapilla. Wer nicht mehr weiß, wer PJ Pagapilla ist, das ist die große blau-lila Mörderraupe. Also das ist ja so eine Hund-Raupen-Kreuzung. Ich weiß auch nicht genau, wer sich das ausgedacht hat. Auf jeden Fall schauen wir heute mal, was es mit PJ Pagapilla auf sich hat. Lasst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video da, wenn ihr noch mehr über die Story rausfinden wollt und wenn ihr noch mehr Poppy Playtime Reactions sehen wollt. Ansonsten gerne den Kanal abonnieren und das Originalvideo ist natürlich wie immer in der Beschreibung verlinkt. Checkt natürlich auch gerne den ersten Link in der Beschreibung aus, um beim Instant Gaming Gewinnspiel mitzumachen. Da könnt ihr wie immer ein Game gewinnen. eurer Wahl und die Teilnahme ist kostenlos. Wer nicht mitmacht, ist selbst schuld. Aber wir gehen jetzt erstmal rein ins Video. Das ist mal wieder von Game Toons. Haben wir ja schon öfters drauf reagiert und die machen ja auch wirklich richtig starke, richtig coole Videos. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr euch noch mehr von denen anschauen wollt, das Original ist in der Beschreibung verlinkt. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was es mit PJ Pagapilla auf sich hat. Oh, das ist hier... Oh, der Zug. Okay, ich hab tatsächlich... Oh, wir sind direkt am Ende von Kapitel 2. Ah, okay. Oh. Er bellt einfach. Okay. Krass, wir sind jetzt da, wo der Zug entgleist ist. Okay, jetzt bin ich... Oh. Er sieht irgendwie so semi-freundlich aus. Papi, wo bist du? Oh. Prototyp. 1006, Leute. Okay, Papi geht's zum Glück gut. Die beiden versuchen abzuhauen. PJ Pagapilla hat jetzt einmal einen draufgekriegt vom Prototyp natürlich. Und die beiden sind jetzt schon wieder hier beim Water-Treatment. Alright. Ja. Ich wollte gerade sagen, beeilt euch besser. Einer, PJ Pagapilla ist hinter denen her. Oh, jetzt kriegen wir die Hintergrund-Story. Jetzt finden wir raus, wie... Oh, PJ, wo... Oh, voll süß. Oh. Oh. Oh, sie haben... Oh, was? Okay, das hat jetzt aber einen Turn genommen. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir finden jetzt irgendwie raus, wie er in einem Experiment erschaffen wurde oder so. Aber er wurde als ein normaler Hund mit komischer Farbe auf irgendeiner Farm geboren. Und jetzt ist das voll sad. Oh, nein. Okay, wir schauen mal, was jetzt mit ihm passiert. Oh, nein. Die Sonne scheint... Okay, jetzt ist er halt doch frei. Und jetzt ist er in der Stadt gelandet. Und ihm geht's gar nicht gut. Oh, nein. Oh, was ist das? Oh, er wurde... Oh, er wurde fast noch überfahren. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt muss er in irgendeiner Gasse schlafen. Oh. Oh. Oh, nein. Jetzt muss er einfach draußen irgendwie überleben, der arme Kerl. Oh, er hat einen Knochen gefunden. Und einen Waschbär. Ah. Einen Tollwut-Waschbär. Let's go. Oh, der arme Kerl. Uh. Er hat sich gewaschen, aber keiner wollte ihn mitnehmen. Hey, schau, ein Knochen. Warum sieht es so weinig aus? Es ist auch ein Schmerz. Oh, jetzt wird er auch noch geärgert. PJ. Er hat einfach auf ihn draufgesprüht. Ah. PJ hat ein Psycho. Oh, voll fies. Oh, nein. Oh, nein. Oh. PJ. Hey, da. Ist dein Name PJ? Du siehst, als würdest du einen Knochen in einem schönen, wäumen Bede nutzen. Oh. Ich weiß, dass ich auf der Straße leben kann, dass es nicht leicht ist, einen Stranger zu vertrauen. Aber niemand bei Playtime Co. ist ein Stranger für lange. Wir sind alle eine große Familie. Jetzt wird er mitgenommen in die Playtime Cooperation, natürlich. PJ ist freiwillig mitgekommen, natürlich. Und wurde dann wahrscheinlich in den Experimenten zu einem, ja... Zu einem Monster verwandelt, genau. Der Player soll ihn irgendwie ablenken, okay? Okay, okay. Where were we? Okay, was ist als nächstes passiert? Jetzt ist er in der Playtime Cooperation. Oh, nein. Oh, jetzt betäuben sie ihn irgendwie. Oh, jetzt wird er natürlich eingesperrt. Oh, no. PJ. Oh. Er versucht zu entkommen, natürlich. Oh, er hat Angst. Na, sie stellen ihn vor die Wahl. Entweder du schläfst wieder in der Gasse, oder du machst das Experiment mit. Oh, nein. Er macht das Experiment natürlich mit. Oh, no. Sie haben ihn einfach erpresst. Um ein Experiment mit ihm zu machen. Und dann ist er natürlich zu PJ Pagapilla geworden. Eine Kreuzung zwischen Hund und Raupe. Was wollen sie machen? Was? Wieso macht er die Tür auf? Oh, oh. Oh, da ist er. Aber ich glaube, ich weiß schon, was der Spieler vorhat. Ah, okay. Ich dachte... Okay, ich hatte dachte, was anderes. Er hat auch so Betäubungsspray dabei. Okay, crazy. Oh. Sie haben ihn einfach zerquetscht mit der Tür. Oh, nein. Okay, da ist jetzt viel ganz anders gekommen, als ich erwartet habe. Ich habe erstens nicht gedacht, dass PJ als normaler Hund geboren wurde, sondern dass er komplett im Labor irgendwie gezüchtet wurde. Also mega traurig erst mal. Und dann dachte ich jetzt am Ende, dass der Spieler vielleicht PJ so umarmt oder so, um ihm zu zeigen, dass er trotzdem Freunde hat. Aber sie haben ihn einfach mit der Tür zerquetscht. Oh mein Gott. Okay, Leute, lasst mir gerne eure Meinung zu... Das war echt ein trauriges Video, ey. Lasst mir gerne eure Meinung zum Video in den Kommentaren da, was ihr dazu denkt. Ansonsten könnt ihr euch gerne immer hier drüben irgendein Video aussuchen oder gerne hier oben ein Abo dalassen. Und das war die wirklich sehr traurige Hintergrundgeschichte. Die Geschichte von PJ Pagapilla. Okay, Leute. Hey, das war's für dieses Video. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Und bis dahin.